Bist du bereit? Ja. Hallo ihr Heimwerker. Jetzt zeigen wir euch mal eine richtige Obi-Hammer-Werbung. So, mal was anderes. Wir zeigen euch, wo der Hammer hängt. Achso, probiert es zu Hause nicht aus. Das tut weh. Cool. So, dann will ich mal den Nagel auf den Kopf treffen. Da bin ich gespannt. Wahnsinn. Ey, Wahnsinn. Ich halte es nicht aus. Ich fache es nicht. Wahnsinn. Super. Hammer hart. Und? Hammer.